wie heißt du und wie alt bist du ein finger zu viel ja drei hallo freunde was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen video das hier ist meine kleine schwester sie ist drei also eine nur weniger als ich bin und sie darf heute unser essen bestimmen von meiner frau mir und ihr eigenes essen natürlich auch ich glaube dass das premiere für sie sie hat noch nie selber entscheiden dürfen was sie ist und was wir essen und deswegen fragen sie direkt mal was wollen wir frühstücken das klappt schon sehr gut spaghetti 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 wollen wir spaghetti frühstücken ja da gibt es jetzt spaghetti meine mama lacht sich auch kaputt kurze werbung heute wo das video rauskommt ist sonntag und alle die dieses video heute noch schauen bekommen bei my protein 44 prozent rabatt auf alles über den link in der video beschreibung und die gesamte provision die heute über den link reinkommt werde ich meiner schwester schenken bzw meine mom geben meine mom kann dann meiner schwester alle sachen davon kaufen die sie sich wünscht und jetzt geht es weiter mit dem video das so essen das muss man kochen das ist hart und ich auch wir bringen das mama dann kocht sie das oder bestes essen spaghetti trocken ich bringe das mama dann macht sie richtiges spaghetti ja in der zeit kannst du das spagetti ist da mama hat spaghetti gemacht gekocht das ist niemand also unsere mama hat jetzt einfach auf die schnelle irgendwie spaghetti gezaubert mit einer tomaten sahne soße und speckwürfel oben drüber käse ein bisschen anders ein bisschen genießbarer für uns als trockene spaghetti auch wenn paulina gerne trockene spaghetti einfach ist wenn wir jetzt diese spaghetti variante zum frühstück essen wir haben uns alle lieb danke guten appetit guten appetit guten appetit lecker schmeckt gut schmeckt gut aber ich? auf was ist denn das denn? ich habe auf was denn das? mal schauen wie das schnelle spaghetti von meiner mama schmeckt was denn das? egal nämlich Increlessly kiel krasser so Adaption ua lecker mega lecker schön salzig mit käse knoblauch doch da ist knoblauch drin magst du nicht ist doch nicht drin menu und ich haben aufgegessen paulina nicht ganz aber ist nicht schlimm jetzt spielen wir noch ein bisschen und dann geht es einkaufen wo ist es denn rausgekommen wir wollen es nicht sie möchte keinen kleinen wagen sie möchte den nicht sie will lieber das auto da für die kleine schwester tut man doch alles wir nehmen ein auto einsteigen wir machen das heute so du darfst dir alles aussuchen was du möchtest und wir alle essen das dann okay zum glück die tomate möchtest du ja wir machen das zum ersten mal sie hat direkt gecheckt sie weiß sie kriegt heute alles was sie möchte das ist kein apfel ist das ein apfel ja okay dann kriegt sie so ein fersicher das passt du nicht mehr rein bist du gewachsen doch du passt rein deine lieblingsfarbe das muss da rein dann kaufen wir haben oscar und ich auch ein für mama und ein für mama jetzt geht es aber los hier das liebe ich das liebe ich noch mehr nur noch mehr nur noch mehr soße dazu die hat wir schon so ähnlich die hat sich zwischen zwei entschieden und hat wirklich nur eins genommen 100 prozent saft das gut das gesund nicht das wolltest du das andere doch beide eins für mandy für mich und für dich eins fehlt noch für mama auch okay jetzt haben wir vier haben jetzt genug okay dann geht sie zur kasse ja auch noch eine kleinigkeit und das alles hat meine kleine schwester bestimmt alles was sie wollte kaufen wir so wir haben jetzt alles gekauft dass sie wollte sogar das kleine einhorn jetzt fahren wir nach hause und werden das essen zubereiten aber erst mal essen wir einen snack was wollen wir denn schon mal essen von den sachen die du gekauft hast alles 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 sofort aber das ist so viel dann zeigt ihr mal sie soll was aussuchen du darfst jetzt bestimmen was wir jetzt essen schon mal vorher als das ist das das ist das das ist das das und mama auch ja mama ist zu hause ja mama ist zu hause danke schön danke danke super appetit danke schön guten appetit guten appetit guten appetit ist der war ein pinkel wir alle essen so los den hast du perfekt ausgesucht ja da hatte ich jetzt auch richtig lust drauf ich habe das ganze jetzt in drei kategorien aufgeteilt einmal hier so mittagessen mäßig einmal trinken und einmal nachtisch nur das hier muss ich leider weg packen und verstecken ich hoffe sie checkt das nicht weil meine mama meinte sie hat noch nie kaugummi gegessen und ich will es jetzt auch nicht riskieren auch wenn das schön bunt aussieht was sie sich da verschluckt oder vielleicht die kaugummis runter schluckt deswegen verstecke ich das das werden wir leider nicht essen also verstecke ich das erstmal hier aber den rest essen wir wirklich alles was sie sich ausgesucht hat was ist es Oskar? es ist Deins? ich mach gerade Dein Essen die müssen aufessen die müssen aufessen wollen die essen? ja die müssen denn aufessen alles aufessen ja die auch so wir haben jetzt unsere getränke und unser essen und wer hat das alles ausgesucht? wer hat das gekauft? ja ja wer? ich ja super mal gucken ob du das ganz lecker ausgesucht hast mal schauen wie das ganze schmeckt ich mag Camembert mit Preiselbeeren ich nicht den probieren wir mal lange nicht mehr gegessen sehr lecker dann die Gnocchi mit der Soße und Zwiebeln und Tomaten echt? ja auch sehr lecker nicht so lecker wie das von heute morgen von meiner Mama aber schmeckt mir und die Pizza Salami Pizza die Gnocchi müssen auf die Pizza ja wir müssen nicht und jetzt haben wir hier noch Pausendrink Kirsche so lecker so süß richtig geil 100% Saft ich habe orange Mehrfruchtkarotte habe ich bekommen das ist mein Mittagessen so dann probieren wir mal was Paulina hier ausgesucht hat magst du das? ja das ist wie es das erwartet ich mag das habe ich auch schon richtig lange nicht mehr gegessen ich auch und Nudeln ja und Pizza das ist richtig lecker geworden Schatz hast du echt gut ausgesucht möchtest du Marmelade dazu? okay ich liebe Mittlade mit Lade ich finde es richtig lecker aber ich mag auch keine Preiselbeeren zum Camembert hey ihr kennt euch nicht aus ich schon eine coole Mischung auf jeden Fall hätten wir selbst nie so bestimmt und es gibt Nachttisch und es gibt Nachttisch das hast du doch noch gekauft der ist doch für Mama und welchen mehr Mischischkott haben und da haben wir so viele Kuckechen gekauft und dann haben wir so alle Kuckechen gekauft Dann ist es weg. Ja? Ja, Kugelchen haben wir das gekauft. Diese Kügelchen? Ja. Oh, wo ist das? Verloren. Sie hat es gemerkt, dass was fehlt. Echt? Haben wir die vergessen zu kaufen? Und dann sind sie weg. Guck mal, ganze Schokolade. Aber die Kugelchen brauchen wir. Und das habe ich gekauft. Guck mal, sollen wir die mal probieren? Ja, ganz, ganz viele. Ja. Und für wen ist der eigentlich? Für Mama. Das hat sie dir mitgebracht. Weil jeder hat einen Donut gekauft. Die sind lecker. Sie trocknete Himbeeren und Sugarbong. Das ist ein kleiner Truss. Mit einem Hab sind die im Mund. Geht aber echt schwer. Ein Fuchs. Ich mag kein Babybel, aber ich muss essen. Weil sie hat das bestimmt. Magst du Babybel? Doch, sie mag eigentlich. Aber vielleicht gerade jetzt nicht. Und das hat sie auch gekauft. Doch, bestimmt. Weil du das immer kaufst. Das ist ja eine große Kugel. Das ist völlig schön. Willst du eine kleine? Ja. Ja. Es hat den Boden gefallen. Ja. Dir, Paulina. Ja. Guck mal, wir öffnen jetzt Lieferando. Kennst du Lieferando? Mhm. Kennst du, oder? Lieferango. Lieferango. Und bestellen was. Ja? Was möchtest du zum Abendessen? Pizza. Hm? Pizza. Ja. Pizza? Hatten wir doch schon. Willst du mal gucken? Das, was dir am besten gefällt. Das, was du aussuchst, das bestellen wir. Das hier. Brot. Das hat ein Stern. Das ist All Get Night. Oh. Liefer dich hierher. Bäh. Das ist schon freudig. Hast du überhaupt den Standort eingegeben? Das ist das schlechteste, was es gibt. Nicht All Get Night. Ja, mein Stern. Hast du die richtige Adresse eingegeben? Ja. Bist du dir sicher? Nein. Momentan keine Lieferung. Steht hier. Geht nicht. Was anderes. Die liefern nicht. Okay. Das, was sie jetzt nimmt, das bestellen wir. Drück mal drauf. Pizza? Okay. Sie hat wieder Pizza ausgesucht. Das zweite Mal heute. Weil die anderen haben nicht geliefert. Zum Glück. Mit einem Stern. Und der hier hat 4,5. Also, ganz okay. Jetzt bestellen wir. Bist du Pizza bis 4? Ja, aber sie hat das ausgesucht. Ach so. Was ist das? Golden Pizza. Hey, hab ich hier. Prospekt. Ja? Ich hab einen Prospekt. Von Golden Pizza? Er hat sogar einen Prospekt, der Papa von Paulina. Das heißt, sie kann nach den Bildern jetzt zeigen, welche Pizza wir bestellen sollen. Du darfst dir jetzt eine Pizza zeigen und die kaufen wir dann. Die erste. Okay. Okay. Sie hat die hier ausgesucht. Die erste Pizza Hawaii mit Schinken, Ananas und Käse. Und die werden wir jetzt bestellen. Die Pizza ist da. Yeah. Paulina hat deine Pizza, die du bestellt hast. Hä? Welche hat sie überhaupt bestimmt? Ich weiß es gar nicht. Ach so. Pizza Hawaii. Aber meine Mama meinte, sie mag gar kein Hawaii. Sie hat einfach nur so gezeigt. Irgendwas. Also das hier ist die Hawaii. Wow. Das hast du super bestimmt. Richtig nett. Wow. Magst du noch einen? Ihre Eltern haben auch noch mehr für sie bestellt, falls sie das nicht mag. Wir essen auf jeden Fall die Hawaii. Hier gibt es noch Giros. Noch eine Pizza. Hälfte Salami. Salami mag sie ja. Und Hälfte Rucola. Und hier Kraut. Ey, du wolltest doch Pizza. Sie isst Pommes, wie alle Kinder. Alle Kinder lieben Pommes. Ist echt so. Aber sie hat für uns diese Pizza Hawaii bestellt. Deswegen werde ich bestimmt. Deswegen werde ich die mal probieren. Mit richtig viel Käse. Ananas, Schinken. Ist nicht die allerbeste Pizza, aber auf jeden Fall viel Käse, ein bisschen Oregano. Pizza Hawaii habe ich schon lange nicht gegessen. Zu Abwechslung mal richtig gut. Ich mag die auf jeden Fall. Sie glaubt lieber die Pommes von Papa und Mama. Ketchup auch. Hat was, oder? Hat die auch richtig lecker. Ananas gehört auf Pizza, Leute. Ich finde auch. Es ist eine gute Mischung und viel Käse. Paulinas Papa Ehrenmann hat eine Amas Hose. Was hast du da? Was isst du? Fritte. Fritte. Pommes. Hat sie gut bestimmt. Sie hat zwar Pizza ausgewählt, aber wir lassen sie auf jeden Fall das essen, worauf sie Lust hat. Und sie möchte halt eben Pommes essen, deswegen darf sie Pommes essen. Wir essen natürlich die Pizza, die sie bestimmt hat, denn sie schmeckt auch richtig gut. Wir machen jetzt das Outro. Wir haben jetzt fast alles aufgegessen hier. Sie hat ein paar Pommes gegessen. Wir haben halt die Pizza gegessen. War sehr lecker. Danke. Hast du super bestimmt. Ja. Check. Danke, dass du das Video gedreht hast. Check. Für mich war das ein besonderer Tag, weil ich den ganzen Tag mit meiner kleinen Schwester verbringen konnte. Und das Essen, was sie bestimmt hat, war echt richtig gut. Ja. Und vor allem das wichtigste ist, sie hat sich gefreut, auch mit uns den ganzen Tag zu spielen. ein Video zu drehen. Es hat auch Spaß gemacht. Wer noch einen Teil sehen möchte, der kann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Bei 10.000 Daumen nach oben drehen wir Teil 2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt geht es zu Mandys Video. Haut rein. Tschüss. 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 Und vergesst nicht nur heute die 44% Rabattaktion bei MyProtein über den Link in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, der gesamte Erlös geht an meine Schwester. Haut rein.